Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu Top oder Flop, der Abonnenten ist in der Wertung am 19. Spieltag und wir gucken auf das Samstagabend-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04. Und ja, was soll man sagen, Bayern hat dieses Top-Spiel am 19. Spieltag klar und deutlich mit 5 zu 0 gewinnen können. Highlights, Videos oder ähnliches gibt es hier natürlich nichts, das darf ich euch gar nicht zeigen, aber dafür ein kurzer Rückblick auf die Partie und vor allem natürlich auch zur Bewertung, ob das Ergebnis auch dann in der Höhe so in Ordnung geht oder eben nicht. Aber bevor wir damit beginnen, ganz kurz zum Spielverlauf. Bayern ging bereits früh in Führung durch Robert Lewandowski, nach 6 Minuten fiel das 1 zu 0, kurz vor der Pause dann durch Thomas Müller das 2 zu 0. Zuvor gab es noch zwei Abseits-Tore der Bayern, die auch zu Recht zurückgenommen wurden. Nach der Pause dann legte der ehemalige Schalker Koretzka nach zum 3 zu 0 mit einem wunderbaren Abschluss. Per Volley-Abnahme hat er da das Tor gemacht, 8 Minuten später gerade mal Thiago mit dem 4 zu 0 und danach war dann auch die Messe gelesen. Kurz zum Schluss dann auch Serge Gnabry, der das dann nach Letzung mal wieder ein paar Minuten bekommen hat mit dem 5 zu 0 nach 89 Minuten. Damit war das Spiel dann auch beendet und Bayern könnte das Spiel deutlich mit 5 zu 0 gewinnen. Natürlich nun die Frage nach Top oder Flop relativ klar, natürlich ist es top. Bayern München hat mit einem wirklich überzeugenden Auftritt, von vorne bis hinten wirklich sehr, sehr gut durchgezogen. Bei Schalke muss man sagen, zu Beginn war es noch gut, war es noch ausgeglichen. Sie hatten noch zwei, drei wirklich gute Kontergelegenheiten, wo man vielleicht auch hätte ein Tor machen können. Aber natürlich hinten hatte man vor allen Dingen auch am Anfang der zweiten Hälfte Riesenprobleme und am Ende nimmt man das 5 zu 0 mit. Es war ein gebrauchter Tag für Schalke, aber auf jeden Fall auch ein hochverdienter Sieg für die Bayern. Deine Meinung zum Spiel kannst du gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.